Einfach erklärt – das Bezahlen mit dem Smartphone Ab sofort können Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse stecken lassen. Mit den digitalen Karten können Sie nun ganz bequem und sicher mit Ihrem Android-Smartphone bezahlen. An der Kasse halten Sie dafür Ihr Smartphone einfach nah an das Bezahlterminal und schon wird der Betrag bezahlt. So einfach wie der Bezahlvorgang ist auch die Bestellung. Loggen Sie sich in unsere PSD-Banking-App ein und wählen den Punkt Digitales Bezahlen aus. Sie werden nun in den App Store geleitet und können die App Digitales Bezahlen downloaden. Anschließend können Sie auswählen, welche Karte Sie digitalisieren möchten und entscheiden, ob Sie die bisherige PIN übernehmen möchten oder eine neue bestellen wollen. Bestätigen Sie Ihre Bestellung mit einer TAN. Schon steht Ihnen die digitale Karte zur Verfügung. Um mit Ihrem Smartphone bezahlen zu können, müssen Sie die NFC-Funktion Ihres Handys aktivieren. Eine Internetverbindung ist während des Bezahlvorgangs nicht notwendig. Ihre PIN müssen Sie erst bei Beträgen ab 25 Euro eingeben. Aktivieren Sie die Expresszahlung in der App, müssen Sie beim Bezahlen lediglich Ihr Smartphone-Display aktivieren. Sie müssen sich nicht in der App einloggen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dem Bezahlen mit dem Smartphone. Sie werden von Bezahlen verwendet. Sie werden von Bezahlen erneut mit dem Smartphone-Prevent. Sie werden von Bezahlen verwendet. Sie werden von Bezahlen verwendet. Sie werden in der App Store direkt eingestellt. Untertitelung des ZDF, 2020